Ich möchte in dem Video auf den Streit mit Mois und Maestro eingehen und ich möchte euch einen komplett anderen Blickwinkel einmal beleuchten, eine Sache, die in meinen Augen viel zu wenig gesagt wird. Mir geht es nämlich darum, dass wir jetzt die neuesten Erkenntnisse nutzen müssen, um zu sagen, wer der wirklich schuldige ist. Es gibt verschiedene Dinge, die mir hierbei sauer aufgestoßen sind, die ich teilweise in dem Video, aber auch in den nächsten klarstellen werde, weil ihr einfach manchmal seht, wer lügt. Es gibt aber eine Sache, die mir extrem sauer aufstößt. Wenn wir anfangen, von einem Streit zu sprechen, und da möchte ich hier starten, dann ist in meinen Augen immer eine Sache, die wir uns fragen müssen. Und wenn ihr mir jetzt gesagt hättet, wer glaubst du hat Schuld, dann hätte ich das Ganze runtergebrochen auf eine Charakterfrage. Ich glaube, dass Charakter eine Sache ist, die den Menschen prägt und ich glaube, dass basierend auf eurem Charakter ihr hundertmal gleich agiert, in einer Situation. Das bedeutet, lasst uns versuchen, das einmal klarzustellen. Wenn wir uns die Streitsituation anschauen, dann haben wir gesehen, dass jetzt beispielsweise ein Mois sich mit 100 Leuten zerstritten hat. Manuelsen, richtig? Sinanji. Maestro. Aber der ganze Keller, wenn man sich das anschaut, waren das ja 20 Leute und so, wie ich das verstanden habe, auch wenn man sich Mois-Bio jetzt anguckt, ohne, dass wir uns jetzt darauf fixieren, aber als blödes Beispiel, ist das dort genannt, als mein einziger Freund und er nennt seine Frau. Die einzige Person, die wirklich bei ihm geblieben ist. Und das ist eine Sache, die ich persönlich schwierig finde. Und lasst uns kurz darüber sprechen, weil es gibt einen Ausspruch, den finde ich immens wichtig. Wenn wir jetzt anfangen, über Charakter zu sprechen, ist das eine Sache, die mich an Menschen immens aufregt. Weil wir neigen dazu, dass wir kein rationales Urteil fällen, sondern wir orientieren uns an dem, was wir emotional fühlen. Frauen denken emotional, wir als Männer sollten niemals emotional irgendeine Entscheidung treffen. Und wenn ihr jetzt seht, dass jemand nacheinander jeden Freund getrogen hat, dass jemand immer im Recht ist und dass man selber in einer Situation, wo sich jeder von einem abwendet, dass man selber die einzige Stetigkeit ist, dass man selber die einzige Person ist, die die Wahrheit geblickt hat, die angeblich nicht lügt, Und wenn ihr die einzige Stetigkeit seid da, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht etwas an euch liegt, sehr, sehr hoch. Aber das ist eine Sache, die ich bei vielen Leuten gesehen habe. Ich habe das gehört jetzt bei einem Florian Homm, einem verurteilten Beispiel für Betrug, der dann sagt, er ist jetzt geläutert und plötzlich sind all die Dinge, die er über Jahre gemacht hat, Verhaltensweisen, die er über Jahre eingeprägt hat, sind vergessen. Ein Mäus, der sich dann von all diesen Leuten getrennt hat, wo dann beispielsweise ein Sinan G, der immer noch mit Leuten zusammenhängt, die er von vor 20, 30 Jahren kennt, als Beispiel, der dann da auftritt, den Mäus einfach so versucht, den Abgrund zu reißen, da fragt ihr euch nicht, ja, Moment, wie kann das sein? Da müsst ihr erst mal die ganze Geschichte hören. Wenn jemand sich mit Einsen streitet und jemand anderes sich nie, dann sage ich euch, nach Adam Riese ist es so, dass die Person, die nie an Streit angefangen hat, verglichen mit der Person, die immer Streit anfängt, vermutlich auch dieses Mal sich an ihren Charakter gehalten hat. Und hier, eine Sache, die mich immens stört. Wenn wir uns das angucken, dann können wir doch schon sehen, dass bei all den Sachen, bei all den Vorwürfen, ohne dass wir jetzt die Drogen etc. mit einbeziehen, das sind krasse Sachen, über die werden wir dann sprechen. Da müsste doch klar sein, wer hier schuld hat, oder? Aber lassen wir das hier mit.